Musik Traditionell wird beim Deutschen Traber Derby in Mariendorf zumeist um die Wette gestrahlt. Mit allen Grund zum Lächeln hatten vor allem die drei Erstplatzierten des Hut-Wettbewerbes, die von einer Jury um Ex-Glücksrag, Fee und Dschungelkönigin Maren Gilzer bestimmt worden sind. Der Hut hat ein außergewöhnlich schönes Design. Die Farben sind toll, wie er gemacht ist. Es sieht sehr schön aus. Und er steht der Frau, die ihn trägt, mit diesem schwarzen Pagenkopf. Das ist einfach perfekt. Glamourös beginnt der Tag bereits. Neben hochklassigem Pferderennsport bietet das Traber Derby Mariendorf immer auch einen ganz speziellen Wohlfühlfaktor. Die Atmosphäre ganz, ganz toll hier. Man trifft Freunde und man kennt sich und man ist unter sich. Und ganz toll, man kann sich ausleben und man kann so sein, wie man ist. Ein erster sportlicher Höhepunkt des Tages ist dann das TV-Berlin-Rennen, bei dem der Gewinner später den Pokal von TV-Berlin-Nachrichtmacher Harry Perlinger bekommt. Der Sieger steht aber fest, meine Damen und Herren. Startziel im dritten Rennen, dem TV-Berlin-Rennen zugleich. Der zweite von drei Läufen des Derby-Pokals, der Amateure Sieger. Die Startnummer 1, Magic Live Diamant mit Thomas Heel. Ein Mann für Herausforderungen ist auch Ronald Hülsgaard, der den dritten Vorlauf zum Deutschen Stutenderby für sich entscheiden kann. Und das, obwohl ihm und seiner Stute Indira Bo vor dem Rennen nicht die Favoritenrolle zugesprochen wird. Indira Bo ist weiter ein V4, Queenswood innen. Ivy Conner springt ein, außen versucht Secret Honey noch zu kommen. Aber Indira Bo gewinnt den Vorlauf. Indira Bo gewinnt das vor Glamour. Dritter wird Queenswood und vierter Secret Honey. Den vierten Vorlauf zum Deutschen Stutenderby konnte dann Erwin Bott auf seiner Stute Janske für sich entscheiden. Aber es geht noch um die Plätze zwei und drei, damit um die Qualifikation. Zweiter momentan Frieda F. Boga, bei außen Korsadamur sehr stark. Und Roland Hülsgaard holt sich seinen zweiten Finalisten mit Korsadamur. Dritter wird Frieda F. Boga. Ja, das Pferd war heute optimal. Und ja, glücklich war die Favoritweg an die Überschreiter. So, da war es ein bisschen leichter für mich. Aber ja, bis in Zürich bleibe ich damit heute. Nach einer Woche Ruhe wollen beide am kommenden Wochenende natürlich vorne mit dabei sein. Ich muss eine Kuchenwäcknummer bekommen, das ist sehr wichtig. Und sie muss wieder ein bisschen passende Rennen haben. Dann gehe ich im Finale und dann versuchen wir es wieder. Die Dame mit dem schönsten Hut, Pauline Stolze, strahlte natürlich auch nach ihrer Ehrung weiter um die Wette. So bezaubern darf und soll es in den kommenden Tagen dann bitte auch weitergehen. Die Dame mit dem Kuchenwäcknummer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017